Hallo an alle da draußen. Heute stelle ich euch einen Fall vor, in dem es um den Mord an einem Baby geht. Bis heute konnte die Mutter und auch der Vater von dem Baby nicht ermittelt werden. Es war der 26. September 2021, als Spaziergänger in einem Wald neben der B6 in Ostsachsen einen Müllsack gefunden haben. Das Waldstück war in der Nähe des Ortsteils Fischbach. Als die Spaziergänger den Müllsack öffneten, sahen sie die Knochen von einem Baby. Die Staatsanwaltschaft ging aufgrund der Auffindesituation von Anfang an von einem Verbrechen aus. Doch leider kommen die Ermittler bei dem Fall nicht weiter. Daher veröffentlicht nun die Staatsanwaltschaft und die Görlitzer Grippo zehn Fotos von Gegenständen, die bei der Babyleiche sichergestellt wurden. Ich blende euch gleich dann auch Fotos ein. Bei diesen Gegenständen befinden sich mehrere Etiketten von Kleidungsstücken. Eines trägt die Aufschrift Schlüterstraße 3, Düsseldorf. Das ist die Adresse eines Metromarktes. Ein anderes Etikett trägt die Aufschrift Nova Flair. Bei dem Müllsack, in der die Babyleiche gefunden wurde, kann man ein gelbes Verschlussband erkennen. Beziehungsweise, ich denke es ist so ein Zugband. In diesem Müllsack befanden sich noch Kleiderfetzen. Sehr auffällig ist ein blauer Plastikeimer von Kaufland. Dieser Eimer weist am roten Henkel eine sehr markante Kerbe auf. Auf den Fotos sind auch Kunststoffklammern und Textilreste zu sehen. Diese Textilreste waren sehr wahrscheinlich mal ein Handtuch oder Waschlappen. Die Polizei hat dazu folgende Fragen. Wem sind die Gegenstände im möglichen Zusammenhang mit der Babyleiche bei Arnstdorf aufgefallen? Wer kann etwas zu den Textilien oder Etiketten sagen? Wem sagen die Kunststoffklammern im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Babymord irgendetwas? Die Polizei fahndet auch weiterhin nach der Mutter des toten Babys und hat folgende Fragen. Wer kennt eine Frau, die 2021 schwangerschaftstypische Erscheinungen zeigte? Wahrscheinlich hat diese Frau ihren Zustand verborgen, trug plötzlich weite Kleidung und hat sich zurückgezogen. Bedeutet ganz konkret, gefahndet wird nach einer Frau, die schwanger war und dann kein Kind hatte. In der Nähe von dem Fund auch der Babyleiche liegt auch ein sogenannter Geo-Cage. Dieser Geo-Cage ist ein Gegenstand, der per Handy oder GPS-Gerät gesucht wird. Wer diesen Geo-Cage im August oder September gesucht oder gefunden hat, der soll sich bitte auch bei der Polizei melden. Hinweise bitte an die Görlitzer Polizei unter der Rufnummer 035 81 46 81 00 oder auch an jede andere Polizeidienststelle. Bitte helft alle mit, damit der Fall aufgeklärt werden kann und das kleine Wesen doch noch einen Namen bekommt. Für heute sind wir auch am Ende angelangt. Tschüss, bis zum nächsten Mal und passt alle gut auf euch auf.